Servus Freunde und herzlich willkommen zu GTA San Andreas. Wir waren hier stehen geblieben und machen jetzt diese Kopf-Mission. Beseitigen den Zeugen, bringen den Beweis. Okay. Das heißt, ich muss ihn töten, oder? Ich bin mir sicher, dass ich ihn töten muss. Okay. Mit einer Kamera ein Foto zu machen. Kann man das nicht... Warte mal. So, warte mal. Du kannst eine Galerie deiner Fotos umverzeichnen. GTA San Andreas Josef. Ja, das kann ich, glaube ich, auch selber sehen. Aber die Fotos möchte ich jetzt nicht unbedingt zeigen, oder? Da muss ich auf dem Becken auf, um diesen Spitzel zu finden. Ach nee. Heiß ich, ich muss jetzt ganz nach oben fahren? Okay, alles klar. Ja. Also wird schon ein bisschen schwierig, da hochzufahren, aber was soll's. Was tut man nicht alles für die scheiß Bullen, die ich nicht mehr helfen möchte eigentlich. Aber ich muss das leider tun. Ich bin an der Zwickmühle gelandet. Naja. Was soll's, ne? So, einmal runterfliegen und wir sind ganz so anders. Das will natürlich keiner, das ist klar. Selbst hier habe ich sogar ein bisschen Schiss. So, hier muss ich nach oben. Freunde, jetzt sind wir... Wir sehen die gleich. Ne, der ist ein bisschen weiter unten. Okay. Wo bist du da dran? Weißt du, ich muss wieder runter? Räuchere hinaus, okay. Gemüde dich vor der Bundespolizei. Ich hab doch gar keine Waffe. Okay. Das heißt, im Schleichmodus, bitch. Ich hab aber gar keine Waffe. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich töte den einfach mal normal So, warte mal So, scheiße, jetzt muss ich schnell abhauen Schnell abhauen, Bro Gut, schnell wie möglich So, ich hau mit dem, äh, Motorrad da ab Überhaupt kein Problem, Alter Aber schnell Ich fand die Brüder jetzt nicht so übertrieben schwer, oder? So schwer war die jetzt nicht Würde ich sagen Naja, was soll's, ne? So, oh nein, ah Alter, scheiße, hatte ich Schiss, ey Och Gott, von so weiter, von so einer Höhe Ach, fickt nicht Von so einer Höhe runter zu stürzen Da hat man selbst in GTA seinem Adress ein bisschen Schiss Alter, was ist das für Akro-Auto-Fahrer hier Was ist denn los mit euch? Ganz ehrlich, was seid ihr für Lutschen? Lutscher Alter, ich kann so kurz in Pizzeria Okay, verpiss dich, du Oma Richtig abge- Äh, oh, überfahren So, da haben wir das Da haben wir's Das wolltet ihr, brothers Die haben's Die haben's Die haben's Die haben's So, gar keine Mission Äh, gar kein Problem wie Mission, ne? So gesehen? So, jetzt hab' ich ne Frage Wo sind wir hier? Was ist los? Wir können doch gar nicht rausgehen von hier. Warte mal, ich glaub... Ja, ich wusste es. Wir kriegen ja einen Anruf. Okay, Fragezeichen. Zu denen gehe ich jetzt gleich mal. So, ich kaufe mir erstmal das Haus hier in der Nähe. Und es donnert hier richtig heftig. Du bist aber es hier noch ein bisschen so eine Transe. Nee, ich dachte schon, es war eine Transe. Alter, ganz ehrlich. Was war da los? Carl, was ist Nick? Sweet, was ist going on, man? And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know, you alright? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure, Kendall's safe first. Alright, man. I gotta go. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Okay, die Immobilie gekauft, Freunde. Das ist richtig geil. Los, speichern. Okay. Ah, hier. Wir nehmen so eine Gammel-Toilette. Speichern wir. Ich glaub, da sitzt er beim Kacken. Genau, beim Speichern sitzt er beim Kacken. Ja. Ganz ehrlich. Was ist denn los mit dir? So, ich geh nach draußen. Nach draußen. So, hier gibt's auch bestimmt neue Klamottenläden. Ganz ehrlich. Aber ich mach da zu... ... den Typen da oben hin. Wo ist das überhaupt? Wo ist dieser Fragezeichen? Nee, warte mal. Wo ist der Fragezeichen-Typ? Ja, okay. Dann such ihn halt mal. Meine Güte. Das ist nämlich die Verwandtschaft von... ... äh, Cäsar oder so. Hat er auch im Anruf gesagt, dass es eine Verwandtschaft ist. Und ich weiß noch nicht, wer das ist. Ganz ehrlich. Deswegen steht's auch, glaub ich, nicht in der Karte. Okay, jetzt ist's auch langsam. Das Auto ist auch langsam. Ich nehm das nie wieder. Aber jetzt müsste ich eigentlich zufrieden sein damit. So. Wo wohnt der Typ überhaupt? Die Musik ist scheiße, aber... ... wie wechselt man die? Äh, Radio Los Santos. Genau. Alter, fick dich. Komm, weiter nach oben. Ganz ehrlich, das Auto ist richtig scheiße dafür. Für so einen Berg ist er richtig scheiße. Geh, geh. Nein, nein, nicht. Meine Güte. Das Auto ist richtig beschissen. Ich nehm das nie wieder. Ich geh lieber mit... äh, zur Fuß dorthin. Ganz ehrlich, mit dem Auto dauert es zu lang. So, Freunde. Ähm, wo ist der Typ überhaupt? Ganz ehrlich. Okay. Warte mal. Ich schau mal genau auf die Karte hin. Wenn ich hier so weitergehe. Okay. Der ist aber ziemlich weit weg. Schon ziemlich, ziemlich weit weg. Okay. Ich muss aber zu ihm gehen. Ich hab ja gar keine anderen Missionen jetzt so. Was anderes kann ich jetzt auch nicht machen. Das ist ja schön. Ein schöner Schatz. So. Oh, geil. Also schwimmen konnte man nicht in jedem GTA. Damit ihr Bescheid wisst. Hier ist es einmalig. Äh. Wohin muss ich überhaupt raus? Warte mal, da ist doch irgendwas. Da ist eine Brücke sogar. Okay. Da steht sogar alles, was man hier wissen muss. Ihr könnt es durch vorlesen und wie ihr wollt. Ich hab's nicht vorgebracht, sondern extra. So. Ihr könnt's selber vorlesen. So. Fett verbrennen. Ist auf jeden Fall hier. Schwimmen richtig gut. Also ganz ehrlich. Für Leute, die abnehmen wollen. Schwimmen ist die beste Alternative mit Joggen. Ja. Ihr habt richtig gehört. Ihr müsst euch bewegen. Oh Gott. So. Ähm. Auto. Gibt's hier irgendein Auto? Auto, du Auto. Alter, was ist da los hier? Das ist voll einsam hier. Das ist so creepy. Also diese Gegend mag ich nicht wirklich, ne? So gesehen. Gar kein Auto. Ganz alleine. Hm. Auch hier kommt ein Auto. Es gibt mehrere. Ich brauch aber ein gescheites. So. Gibt's hier überhaupt ein gescheites Auto? Warte mal. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist schon was. Gut. Dankeschön. Ja, eine Gangster-Oma, Alter. What the fuck? Das ist mein Auto. Dankeschön. Alter, Oma. So. Hier oben ist aber auch ein ganz geiles Haus. Tatsächlich, da will ich auch hoch irgendwie. Es gab hier irgendeinen Jetpack-Cheat. Der ist richtig gut. Aber ich weiß jetzt gerade selber nicht, wie ich zu diesem Haus da hochkomme. Und ich hoffe, dass dir kein Zug kommt. Sonst bin ich am Arsch. Freunde. Was soll ich schon tun? Ich kann hier nicht mal abbauen. Was machst du denn? Nicht solche Sicht. Nicht eine solche Sicht. Das möchte ich nicht. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Hier, perfekt. Jetzt kann ich hier weiter nach oben gehen. Muss ich schon wieder mein Auto verlassen, weil das ist viel zu schlecht. Um da hoch zu fahren. Aber hier gibt es einen gescheiten Straßenweg. Aber so geht er auch nicht hoch. Komm schon. Okay. Okay. Einigermaßen geht er hier hoch, wenigstens. Okay. Oh nein. Nein, nein. Gott. Ich lebe noch. Nein. Ich wollte das gar nicht sagen. Ich wollte das erst gar nicht sagen. Also noch lebe. Sondern einfach nur aus Spaß sagen. Ich lebe noch. Und nein. Ganz ehrlich. Hau ab. Haut ab. Haut ab vor diesem Killer. Ja, verpiss dich. So eigentlich ein Fahrrad ist die beste Wahl, Alter. Oh, du kannst mich doch verfolgen. Ach, du Pisser. Ach, scheiße. Ich brenne. Helft mir doch mal, ihr Pisser. Oh, ihr Gwen. Geh doch rein, Alter. Was ist denn los mit dir? Ach, das ist kaputt. Ach, weil ich brenne, aber oder was? Was ist das für ein Scheiß jetzt? Was ist das denn, wo kommt das Feuer her, überhaupt? Alter, was für ein Penner. Wieso fährt er mit dem Fahrrad, Alter? Der hat noch heute mal Geld für Schule. Schule, meine ich. So, perfekt. Geht doch, Alter. Ganz ehrlich, was war da los? Ich war kurzzeitig ohne Auto. Und den ganzen Tag habe ich gebrannt, wie sonst was. Naja. Aber ich habe gar keine großen Brandwunden hier mitgetragen. So, komm jetzt. Bro. So, jetzt geh. Fahrrad ist das schnellste mit, äh... Wie soll ich das sagen? Äh... Transportmittel, genau. Scheiße. Jetzt bin ich wieder aus dem Fahrrad rausgeworfen worden. Weil ich zu faul bin, immer die Brücke zu benutzen. Ganz ehrlich, wer kommt schon drauf, dass es eine Brücke ist? Ja, okay. Steht auf der Karte. Hm. Ja. So, da müssen wir wieder warten. Ey, was? Wo war das Geräusch? Egal. So, gib mal her. Gib mal das Motorrad her, bitte. Du wirst super nett, kleiner Hurensohn. Soll ich, Scheiße? Ja. Jetzt wurde dein Bike geklaut. Selbst schuld. Du Schwuchtel. So. Du Harley-Fahrer. Genau. Wo war... Was? So, Hala. So ein Spaß, die Scheiße. Ich fliege wieder auf die Fresse. Komm, gib mal her. Geh drauf. Du Lacken. Du Lacker. Motherfucker. So, ich geh mal hier entlang. Scheiße, Scheiße. Ich hab wieder irgendwo runtergeflogen, Alter. Ganz ehrlich. Das ist ein Scheißweg. Ich hasse diese Gegend. Oh, hier. Endlich sind wir gleich da, Alter. Bei diesem Terrorweg. Übelst das schlimme Weg. Bevor wir da hingehen, werde ich hier auf jeden Fall ein Haus kaufen. So, dann sterbe ich hier noch. Ganz ehrlich. Ich krepier hier. So, das Haus sieht nicht mal so schlecht aus, ne? So gesehen. So, perfekt. Da können wir jederzeit den Speichern. Freunde, das ist ja mal richtig geil. So. Jetzt, warte mal. Hier war doch irgendwas, oder? War hier irgendein Spray-Ding? Spray-Ding nie. Okay, da hab ich vertan. Dann gehen wir zu diesem Fragezeichen-Typ da hin. Dort geht's. Los geht's, Freunde. Hier. Willkommen. The Willkommen Pump? Was? Do you want some, Fatsa? Do you big, strikkelkanky piece? I seen fucking Munichs with more balls than Juft. What the fuck do you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, bitch. Get off. He ain't here. Ju? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, I'm a God-faring, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Alter. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh, my goodness. Thanks, Cesar. Appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina. And we're gonna take this county for every stinking cent. Okay. Good plan, I guess. You damn straight if it's a good plan. I've cased four soft targets. A liquor store in Blueberry. A bank in Palomino Creek. A gas station in Dilleymore. And a betting shop in Montgomery. Yeah, okay, dann gehen wir irgendwo einfach hin. Ist mir ja nicht völlig egal. Alter, wie ist die denn drin? Rauf, ey. Kein Wunder, dass der sagt, danke, Cesar. Ist ein echter Freund. Alter, wo ist mit der los? So, ich glaube, das Dollarzeichen hier ist in der Nähe. Weil hier eine Stadt ist und ja, es war in der Nähe. Ich wünschte, ich hätte Waffen. Ich wünschte, du bist eine Beton-Bettin-Shop. Alter Okay Was soll ich machen? Reaktiviere ich das denn? Scheiße Fuck Ja, ich wusste gar nicht, was ich da machen soll Hahaha, lustig Ja, ich wusste es nicht, Freunde Ganz ehrlich, was soll ich denn da machen? Die ist auch nicht abgehauen oder so, ne? Rasenbach ist eh nicht Ganz ehrlich So Äh So sollen wir da zu ihr hinfahren? Aber ganz ehrlich, wo soll ich wissen, was ich mit dem Rucksackbombe machen soll? Jetzt geh Ach, scheiß Auto, Alter Was hat das für ein scheiß Weg überhaupt? Das geht mir voll auf die Nerven Ich will nicht außen rumfahren, das ist mir zu blöd Dann gehen wir wieder zurück Okay, aber das ist wieder weit weg Oh Gott Alter Chill Chillax Bitch So, hier ist die gleich, glaube ich Ja stimmt, hier war die ungefähr So, Bro Bro Oh Alter, man kriegt sogar selbst ein bisschen Schiss Wenn man so das spielt und dann da hinten fällt, dann kriegt man sogar ein bisschen selber Schiss Ich weiß nicht wie so, man will halt nicht nochmal laufen So, gib mal her Oh, hier ist auch dein Harley Gib mal das Fahrrad her, du Penner Hör auf hier nackt rumzufahren Ja, ich stelle das, yeah Du kannst dir doch bestimmt ein neues leisten Hör mal auf rumzuholen Du Lappen So Scheiße, die Berliner Maus um mir rum, Mann Nerv nichts So, hier Hier ist die Stadt und ja, wir sind gleich da Perfekt, du Mardi Ich gehe auf die Party Und das ohne Überhaupt etwas zu sehen Na, 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 na Okay Na, los geht's, bitch First aid Okay Komm Okay Okay, hier ist erstmal schon mal ein, äh, Laden You pretty high-strung, huh, lady? Ja? Und was sind Sie? This place will be a walk in the park Okay, let's just take it Who are these cowboy-assholes? Hang back a while, see what's what We got the cash, let's get out of here Those marikon masters have our money Okay, wir hatten aber ein besseres Motorrad Na gut Dann schießt man die ab Noch leichter Schießt die doch mal tot, Alter Schießt auch wieder, alte Oma Töte die Oh, du kannst ihn nicht Du kannst ihn nicht mal erschießen Ob er daneben dir ist Soll ich den noch trotzdem noch töten, oder wie? Ja, Ruhe, Alter Ich hab noch die scheiß Tasche geholt, oder nicht? Du schießt wie ne dumme Kuh, Alter Fahr nochmal gescheit Halt die Schnauze, Alter Nur weil du ne Frau bist, hast du noch lang Äh, noch keine Noch keine kassierte Wichser Jetzt hatte ich dich schon längst Ist man richtig fertig gemacht, Alter Ach so, eine Nudel Alter Alter, ich könnte die richtig boxen So richtig, Alter Was ist mit der los, ey? Na, Kampf, töte dich Töte den Jetzt töte den doch, du Lappen Töte ihn Verdammt, Scheiß Mann, geh doch rein, du Lappen Die ist doch selber dumm Ne, weil du so scheiße schießt Ganz ehrlich Okay, wieder zurück Versteck, oder wie? Ja, okay Mann, jetzt fick dich Hurensohn Ja, wie denn? Hurensohn 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 Chillige Frau auf jeden Fall Und zwar richtig Mann, Ruhe War das hier oben jetzt? Fernwich Genau, da ist das Versteck Das heißt, es müsste hier oben sein Irgendwo In diesem Gebiet Jetzt sind ein Versteck, nur Lappen Hast du doch gesagt Ich kann zwar nicht genau wissen Wo das scheiß Versteck ist Wenn du es mir nicht sagst Nutte Alter, ich rieche mich voll auf Wegen, ey Geh mir voll auf die Nerven Oh Hier ist dein Versteck Das war's Spaß, Hurensohn Du willst spielen Tomorrow Hier Das ist Ihr Cut Lady Ich muss Es Ich muss Ich habe ein was Ich habe was you're too fucking loco, senorita ey, richtig geil er ist auch richtig geil gedisst, alter so, was haben wir jetzt für Missionen der Turf, was willst du, alter ey, was ist der Turf ja, okay, dann geh ich zu ihm mal holst du überhaupt, ist er gleich in der Nähe oder nicht weil wenn er in der Nähe ist, dann wenn ich ihn wenigstens noch besuche ey, wisst ihr eigentlich, was das Problem sein sollte von, äh, vom eShop, weil das downloadet grad, ich download grad, äh, The Legend of Zelda Link Between Worlds, aber das schließt nie ab warum, alter, wo ist der Turf nein, nein, nein äh war der Turf nicht irgendwo links wo ist der Turf, 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 wo Das ist mir zu weit. War ich überhaupt richtig lang, so gesehen? Ja, ich war richtig wenigstens. Gut, aber ich weiß auch nicht, wo ich schon speichern soll. Ganz ehrlich. Was soll ich denn hier speichern? Oh, hier ist ein Haus. Okay, dann speichere ich hier und dann geht es im nächsten Part. Geh weiter, Freunde. Okay. So. Wo ist das Haus hier? Ah, hier. Hier oben. 10.000, oder? Dums. Bums. Okay, ich gehe gleich mal rein, Freunde. Und dieses, was speichern wir? Ja, wir nehmen den Gammelklo wieder. Perfekt. Im nächsten Part geht es hier weiter, Freunde. Und haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.